Was ich interessant fand, waren einige Fragen, die sich jetzt so speziell um die Flüchtlingsproblematik kümmern. Also wie man Flüchtlinge wirklich so integrieren kann, dass sie auch für die Wirtschaft mehr von Bedeutung sind und dann auch insgesamt sie in der Gesellschaft einfach integrieren können. Und es quasi nicht nur als Problem gesehen wird, sondern halt wirklich als Chance für Deutschland und die Wirtschaft, aber auch generell für die Gesellschaft. Vielen Dank.